Jakub Jarecki, 27, meldet sich mit überraschenden Neuigkeiten bei seinen Fans. Der Fußballer und seine liebste Karte Merlan, 35, machten in den vergangenen Wochen immer wieder auf sich aufmerksam. Der Influencerin wurden die ständigen Partiourlaube ihres Mannes einfach zu viel. Vor zwei Wochen stellte sie ihrem Partner schließlich ein Ultimatum, entweder sie oder die Ausgelassenen feiern mit seinen Freunden. Ob Jakub deshalb aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, in seiner Instagram-Story erklärte der 26-Jährige, dass er nun nicht mehr mit Karte zusammenlebt. Es war ein absolut notwendiger Schritt, es haben sich viel zu viele Sachen angestaubt. Es ging nicht mehr anders, es war unumgänglich. Jakub betonte, dass die Entscheidung nichts mit der Partie auf Mallorca zu tun habe, und fügte hinzu, die Zukunft ist für mich sehr ungewiss. Ich bin ziemlich überfragt, und ich nehme die Situation hin, wie sie ist. Gegenüber seiner Community zeigte sich der ehemalige Temptation-Island-VIP-Kandidat zum Teil zuversichtlich. Ich werde mich weiterhin um meine Dinge kümmern, und alles regeln. Dennoch scheint ihn das Ganze mitzunehmen. Es ist definitiv ziemlich hart, aber ich muss damit jetzt leben, beendete er seine Instagram-Story. 28 48 41 24 56 28 46 3000 46